Oh und damit willkommen zurück zu The Second Tabularian War. Jetzt geht's mit Noth weiter. Wie schon gesagt, das ist immer so eine kleine Abwechslung zwischen Noth und GDI. Ich bin mal beide Seiten so sehen. Ich persönlich finde diese Mod sehr, sehr gut gelungen. Weil ich kann es jetzt um zu Anfang zu erwähnen. Das ist eine sehr, sehr schöne Mod. Eine Mod, die auch mal, wie es mal funktioniert. Wenn man sich so den Mod-Markt mal so anschaut. Ganz wenige funktionierende Mods. Weil hier funktioniert, wie es auch mal alles. Es ist jetzt kaum Abschlüsse mit dem Spiel gehabt. Das läuft einwandfrei. So, jetzt wollen wir mal gucken. So, kommt mal mit. So, das ist unser Ziel. Aber der Weg dorthin wird sehr interessant werden. Yes. Yes. Woher zu? Yes. Yes. Vorkane. Yes. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass damit der Waffe nicht auf die Fässer zählen kann. Das ist auch ganz wichtig, dass er den höchsten Rang hier bekommt. Ganz wichtig. Infantrie-Reporting. Loud and clear. I will. I will. I will. Vorkane. I will. I will. Vorkane. Zack, zack. Weg mit denen. Yes. Vorkane. Vorkane. Yes. Where to? Yes. Vorkane. I will. Vorkane. I will. I will. Yes. Vorkane. Yes. Yes. Yes, sir. Na, keine Einheiten da? I will. Das kann doch nicht sein. I will. Yes. Yeah. Infantrie-Reporting. Yes. Vorkane. Vorkane. Oh, ein goldener Rang schon. Yes, sir. Got it. Infantrie-Reporting. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Vorkane. Wenn der auf Goldrang ist, das Startschützengewehr hört sich so genial an. Vorkane. Yes, I will. Yes. Vorkane. I will. Yes. Vorkane. Yes. Where to? Ich meine, ab dem Punkt ist es sehr eklig geworden. Vorkane. I will. Yes. Irgendwo kommt man auf... Ja. Das ist das Problem. Zack. Zack. Zum Glück können sie sich ab der Stufe schon heilen. Loud and clear. Where to? Oh, one shot. Nein, ihr macht es nicht. Loud and clear. I will kill them. Yes. Ja, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Der bekommt auch Flächenschaden. I will. I will. I will. I will. I will. Vorkane. Weil in der Basis sind auch noch... Ach, wie soll man so nennen? Vorkane. Vibar Red Alert 2. Vorkane. Sind so eine Art Ziels hier drin. Yes. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Yes. Du hast es. Move it out. Den LKW braucht ihr nicht zu zerstören. Der kommt immer. I will. Infanterie reporting. Yes. Vorkane. Vorkane. Yes. Vorkane. Sir. Hier muss noch ein Titan stehen. You got it. You got it. Huch. Loud and clear. Where to? Ach, komm, wir locken hier mal anders. Ist er denn? Yes. I will. Vorkane. Yes. I will. Vorkane. Vorkane. Yes. Vorkane. Yes. Vorkane. Sir. Yes. Leave them. Vorkane. Okay, das Feuer ist das intense Problem. Yes. Gucken wir mal, wie... Ja, habt ihr gesehen, wie viel Schaden der bekommt? I will. Vorkane. Oh, die Kraftwerke muss ich zerstören wegen den Defensivsystemen in der Basis. Vorkane. Vorkane. Oh, ein bisschen tricky, das Ganze. Vorkane. Huch. Where to? Awaiting orders. Komm mal her, Kleiner. Awaiting orders. Will das nicht zu nah rangehen? I'm on it. Yes. So, wo sind sie? Vorkane. Yes. Stecken sie noch welche? I will. Vorkane. Vorkane. Yes. I will. I will. Vorkane. Hilfe. Yes. Yes. Oh, das war so knapp. Vorkane. I will. I will. You got it. Good ass. Unit lost. Wie ihr gerade hier gesehen habt, das war einer der Elite-Truppen von der G.I. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Mal ein bisschen blocken die Leute. I will. I will. Vorkane. I will. I will. Vorkane. Vorkane. Yes. I will. I will. Vorkane. I will. I will. Yes. Yes. I will. Na, kommt drauf, ja. Mission accomplished.